Den Schwierigkeitsgrad der Übungen stark dosieren und jetzt fehlt mir das und. Hi, ich bin Timo und ich stelle dir heute die Tonringe von Sporttimo vor. Die Tonringe werden paarweise geliefert, sind super verarbeitet und liegen schön griffig in der Hand. Dazu gibt es ein paar Gurtbänder, die sind 5 Meter lang und haben 700 Kilo Zuglast. Mit den Tonringe ist ein wunderbares Ganzkörper-Workout möglich. Primär ist der Oberkörper am Arbeiten, aber auch Übungen für die Beinkraft sind möglich. Die Ringe sind sehr leicht anzubringen, durch die 5 Meter Länge der Zugurte bist du super flexibel und kannst überall trainieren. Die Ringe sind durch die Gurtschnalle in der Höhe stufenlos verstellbar. Je nachdem, wo ihr die Ringe anbringt, könnt ihr den Abstand der Breite zwischen den Ringen individuell steuern. Die Ringe liegen super in der Hand und sind auch ohne Magnesia rutschfest und griffig. Die Tonringe sind erstmal für jeden geeignet, der zu Hause, im Studio oder in der Crossfit-Box, aber auch outdoor an seinem Oberkörper und dem Ganzkörper arbeiten möchte. Die Ringe sind super mit den Jump-Stretch-Bändern zu kombinieren. Dadurch könnt ihr die Intensität der Übungen super dosieren. Die Tonringe sind eher ein Trainingsgerät für Fortgeschrittene und weniger geeignet für Anfänger. Der Schwierigkeitsgrad im Einsteigerniveau ist hier schon recht hoch, deshalb sollten Untrainierte sich da vielleicht noch nicht ran warten. Im zweiten Video gibt es ein paar Übungsbeispiele mit den Tonringen. Bei den Links gibt es weitere Informationen zum Produkt. Vergiss dich unseren Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Workout.